Aachens sprudelnde Vielfalt. Ich finde für unsere Hartmannstraße hier in Aachen in der historischen Altstadt direkt am Dom genau zutreffend. Hartmannstraße bietet Lebensqualität, herzlich, persönlich und individuell. Wir sind letztes Jahr durch die Jahrhundertflut im Bad Neunahr zurück ins Herzen der Stadt Aachen, Hartmannstraße gespült worden. Wir freuen uns ein Teil des Erlebniskaufens Hartmannstraße zu sein. Unsere Hartmannstraße, die Ader von Aachen, hier treffen sich alle Kulturen. Wir von Top Top Donuts bringen süße Vielfalt für Alt und Jung hier in die Hartmannstraße. Ich bin meinem Geschäft 2020 in die Hartmannstraße gezogen und ich fühle mich hier sehr wohl. Die grünste Einkaufsmeile im Herzen unserer Stadt. Die Hartmannstraße lädt wie keine andere Straße in Aachen zum Bummeln und Flanieren ein und endet in der schönen Aachener Altstadt direkt am Dom. Hier am Fuß des Domes können die Leute ein wunderbares Einkaufserlebnis in der Hartmannstraße genießen. Unser breiter Fußweg und unsere barrierenfreien Eingänge laden Sie, ob alt oder jung, zu einem schönen Einkaufswohnen ein. Nach eurem Einkauf auf der Hartmannstraße kommt ins Café Lisee und verbringt ein paar gesellige Stunden. Die Hartmannstraße. Inhaber geführte Geschäfte und zum Sehen, Füllen, Schmecken und Verweilen mit Passion für Sie und mit Herz für Aachen. Wir sind in der Hartmannstraße am Elisengarten, die neue Mitte der Stadt. Hier findet jeder was er sucht. Kommen Sie uns besuchen. Wir freuen uns auf Sie. 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 Wir freuen uns auf Sie.